Es gibt diverse unterschiedliche Rahmentypen und verschiedene Materialien. Wir erklären Ihnen die Unterschiede und Auswirkungen auf das Fahrverhalten sowie die Vorteile der Rahmenmodelle. So können Sie schnell und einfach auswählen, welchen Rahmentyp und welche Werkstoffe Sie bevorzugen. Wir haben unsere diversen Rahmentypen in drei Kategorien aufgeteilt, um die Vorteile und Unterschiede nach den wichtigsten Kriterien bündeln zu können. Sicherheit und Komfort, Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit und als dritte Gruppe Sportlichkeit, Fahrspaß und Optik. Wenn Sie einen Rahmen suchen, der Ihnen Sicherheit beim Auf- und Absteigen bietet und gleichzeitig komfortabel beim Handling ist, dann kommen für Sie diese Modelle in Frage. Die tiefen Rahmeneinstiege dieser Modelle erlauben ein leichtes und bequemes Auf- und Absteigen. Die Rahmenwinkel sind flacher und das Tretlager ist tiefer angeordnet. Die Füße sind so schnell am Boden. Diese Rahmengeometrie vermittelt ein sicheres Fahrgefühl. Der Rahmeneinstieg ist schonend für Rücken und Gelenke. Bei Kniebeschwerden beispielsweise ist der tiefe Einstieg die beste Möglichkeit der Schonung Ihres Kniegelenks. Einen guten Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit bieten Ihnen diese Rahmentypen. Diese Rahmen werden bei einem flotten sportlichen Fahrstil bevorzugt. Die Rahmeneinstiege sind höher und je höher, desto weniger Rahmenflattern kann entstehen. Wer Wert auf sportliches Aussehen und Rahmensteifigkeit legt, für den sind diese Rahmenmodelle die richtige Wahl. Wenn Sie bei der Radauswahl mehr Wert auf Sportlichkeit, Fahrspaß und Optik legen, dann empfehlen wir Ihnen diese Rahmenmodelle. Hier liegt der Schwerpunkt ganz klar auf Sportlichkeit. Das Rad ist konsequent sportiv gehalten. Die Rahmen spiegeln die sportlichen Eigenschaften auch optisch wider. Die Linienführung ist elegant und die Rahmen bieten die typischen Steifigkeitsvorteile, die ein Sportfahrer zu schätzen weiß. Für die Herrenrahmen stehen zwei Werkstoffe zur Auswahl. Stahl und Alu. Das geringere Gewicht und die dauerhafte Korrosionsbeständigkeit sprechen für den Alu-Rahmen. Legen Sie Wert auf eine filigrane Optik und gute Dämpfungseigenschaften, dann ist Stahl die richtige Wahl beim Rahmenwerkstoff für Sie. Sie können sich also entscheiden zwischen Sicherheit und Komfort, Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit oder für Sportlichkeit und Optik. Haben Sie weitere Fragen zum Thema Rahmengeometrie oder Werkstoffe, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder informieren Sie sich unter Kaufberatung über Details. Vielen Dank.